Wir sind hier Pilotmarkt mit einer Raumbeschallung, welche in den verschiedenen Abteilungen durch verschiedene Klänge die Kunden schon beim Reinkommen entschleunigen sollen. Wir haben im Innenmarkt nicht nur eine Raumbeschallung, sondern auch eine Kommunikation, in der wir mit einem Tablet an den Kassen oder aber auch mit Handys der Mitarbeiter untereinander kommunizieren können. Ein Regionalkonzept ist halt das Heimatherz. Das ist dann halt die Heimat. Da drin sind alle Betriebe befasst, die hier aus der Region kommen. Zum Beispiel das Rostwerk SIS. Das ist ein Kaffee-Röster hier, ein ganz kleiner. Also wir haben vom Bauernhof Dreischalück frische Milch. Die kann sich der Kunde selbst in dem Automaten vom Bauern hier bei uns abfüllen. Also wir sind nicht nur Heimatlieferant und verkaufen nicht nur Heimatprodukte, sondern wir sind auch Heimatarbeitgeber. 49 von unseren 55 Angestellten kommen hier direkt aus Schloss Holte. Mein persönliches Lieblingsprodukt. Ananas. Ich liebe Ananas. Frische Ananas. Ungewöhnlicherweise haben wir die Weinabteilung vorne neben der Tiefkühlabteilung im Vorkassenbereich. Dies haben wir gemacht, damit man schon von außen her optimal sehen kann, was sich im Markt befindet. Und es sieht besser aus als zum Beispiel Klopapier. Ja!